Die Medizinische Klinik 1 der Klinikum Barnim GmbH Werner-Vorsmann-Krankenhaus in Eberswalde hat sich spezialisiert auf die Bereiche der Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie. Gastroenterologie bedeutet die Erkrankung des Magen-Darm-Trakts und der Bauchorgane. Die Erkrankung des Gastrointestinal-Traktes fangen an an einer Speiseröhre über den Magen, Dünndarm, Dickdarm, Enddarm und natürlich die anderen Bauchorgane, die Leber, die Galle, die Gallenwege, die Bauchspeicheldrüse. All diese Erkrankungen gehören zu unserem Repertoire in der Diagnostik und in der Behandlung. So komplex der menschliche Organismus ist, so individuell sind die Krankheitsbilder, Symptome und Beschwerden. Im Bereich der Gastroenterologie ist natürlich das dominierende Symptom der Bauchschmerz oder das Erbrechen. Im Bereich der Onkologie ist es sehr viel schwieriger, weil es sehr feine Symptome, Frühsymptome manchmal sind und hier sind wir im Wesentlichen auf die Zusammenarbeit mit den Hausärzten, den niedergelassenen Kollegen angewiesen. Das ist ein wichtiges Moment der Tumorfrüherkennung und Vorsorge, dass Symptome richtig gewertet werden. Damit geht der Patient in der Regel zum Hausarzt und der leitet bei entsprechendem Verdacht eben zu uns über. Wichtig ist die richtige Wertung von Frühsymptomen, die ganz unspezifisch sein können, dass man die richtigen Untersuchungen einleitet und dadurch in der Regel ja Tumorerkrankungen ausschließt, aber im Einzelfall doch diese Erkrankung rechtzeitig erkennt und damit natürlich die bestmöglichen Therapieergebnisse, im Prinzip die Heilung, erreicht. Die Heilung von Erkrankungen des Magens, des Knochenmarks oder Tumorerkrankungen hat sich dieser Klinikteil zum Ziel gesetzt. Bei der Onkologie werden Tumorerkrankungen von soliden Organen diagnostiziert und behandelt. Onkologie beschäftigt sich mit Tumorerkrankungen, also Krebs. Das setzt eine Diagnostik voraus. Der Tumor muss diagnostiziert werden und behandelt werden. Und diese Behandlung ist eine interdisziplinäre Aufgabe und der Onkologe hat die Aufgabe, mit den anderen Fachabteilungen zusammen interdisziplinär ein Diagnostik- und Therapiekonzept zu erstellen und die Systemtherapie der Tumorerkrankungen durchzuführen. Auf dem Gebiet Hämatologie werden gut- und bösartige Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems und des Immunsystems behandelt. Das Besondere ist das Ziel einer ganzheitlichen, kontinuierlichen und umfassenden Betreuung des kranken Menschen. Denn die Erkrankung, die ich genannt habe, insbesondere der Krebs, ist eine Erkrankung des Körpers und der Seele. Und diese Kombination, diese mehrdimensionale Betrachtungsweise erfordert eine ganzheitliche Betrachtung und eine kontinuierliche Betreuung. Und diese kontinuierliche Betreuung können wir gewährleisten durch die stationäre und durch die ambulante Betreuung. Wir haben eine gute ambulante Betreuungsmöglichkeiten. Der Krebs kann bei uns stationär, aber auch ambulant betreut werden, sodass wir den Patienten in sämtlichen Phasen kennen, die ihn kontinuierlich betreuen können. Und dadurch ist diese ganzheitliche Betreuung in seinen ganzen Dimensionen möglich. Die Leistungen der Gastroenterologie reichen von Spiegelungen der Hohlorgane und Ultraschalluntersuchungen bis hin zu therapeutischen Maßnahmen. Wir müssen erstmal wissen, was der Patient hat. Und diese Diagnostik beinhaltet eben unsere Funktionsuntersuchungen. Das sind die Endoskopien, die Spiegelungen, eben der Speisehöhe des Magens, des Darmes, der Gallenwege, die Sonographie, die Untersuchung der Bauchorgane mittels Ultraschall und die Kombination aus beiden, also die Kombination aus Endoskopie und Sonographie, die Endosonographie, wo wir ganz dicht an die Organe herankommen, sie untersuchen können. Aber, was auch ganz wichtig ist, Proben entnehmen können. Und diese Diagnostik, die sich zusammen mit den anderen diagnostischen Maßnahmen, zum Beispiel CT, MRT ergibt, daraus machen wir die Diagnose. Und die ist ein Ausgangspunkt für unsere Behandlung.